Umständliches Denken oder Umständlichkeit. Formale Denkstörung. Ambers kommen, definiert es wie folgt, Unwesentliches kann im Gespräch nicht von Wesentlichem getrennt werden. Ein inhaltlicher Zusammenhang ist jedoch vorhanden. Umständlichkeit, was steht auf meiner Karte? Gedankengänge werden umständlich, wenn der Betroffene sehr unsicher ist. Das logische, kohärente Denken ist eingeschränkt. Kohärenz, ein in sich logischer und nachvollziehbarer Gedankengang. Inkohärenz, das hatten wir ja auch schon, ist die leichte Form der Zerfahrenheit. Ein in sich logischer Gedankengang kann nicht vollzogen werden.